Wir müssten fast wechseln, weil ich bin kleiner als du. Wir können auch wechseln. Dann musst du aber auf dieses Gerätchen hier. Das macht nichts. Das fangen wir auch nochmal an. Tag Leute, willkommen zu Game Inc. Heute hier in der neuen Wohnsituation. Und mit dabei, der Julian. Wir haben hier bis jetzt nur noch eine Sache, die fehlt. Und das ist die Couch. Die berühmte, bekannte und tolle. Jetzt wirke ich so groß. Ja, das ist wahr. Wir können ja auch perspektivisch, du kannst dich an die Wand setzen. Ich lege mir einfach nur noch 100 Kissen drunter. Nee, aber darum soll das nicht gehen. Ich fühle mich über den Schor. Hasch mich, ich bin ein Mörder. Ja, und wir spielen Bully. Beziehungsweise keines K-N-M-A. Edit. Was ich noch weiß vom damaligen Test. Dogs eat dogs. Also Hund isst Hund. Dafür steht das. Das ist der lateinische Begriff. Und wir spielen das auf der PS3. habe ich mir in einem Serial runtergeladen. Und jetzt spielen wir das das erste Mal. Nach, glaube ich, zwei Monaten, wo das auf der Platte ist. Wobei es auch einen Monat gedauert hat, um es runterzuladen. Kennst du die Playstation? Ist das Absicht, dass die Kontur von dem Haus so ein bisschen doppelt ist? Ich glaube, das ist einfach das Rendering von der PS3. Ich glaube, auf der PS2 wäre es einfach verwaschen gewesen. Einfach beschissen. Was ist das denn? Hey, kaum zwei Sekunden im Spiel, schon machst du wieder Feinde. Warum ruckelt denn das so wenig? Weiß ich nicht. Das ist cineastisch. Das sind nur 25 Frames. Das ist anstrengend. Und wir gucken mal, wie lange wir das spielen. Wahrscheinlich so lange, wie wir Saft haben auf der Batterie. Das heißt, wenn man uns plötzlich irgendwann nicht mehr hört oder schlecht, dann sind unsere Mikros ausgegangen. Und ich nehme die rechte. Sie sehen echt ein bisschen geil aus. Auch wenn sie nicht ganz weiß, wo sie hin will. Was ist da los? Alter! Ich möchte Liebe. Oh. Zeihung, Zeihung. Ich muss hier durch. Bullwurf. Ach du meine Kajüte. Alter! Das war keine Absicht. Ich schwör's. Jetzt, lasst mich. Nehmt ihn. Ah, Sackgasse. Da ist noch so einer. Keine fünf Minuten auf dem Schulgelände. Ich wollte doch nur mit dir reden. Jetzt hat doch Mitleid. Keine fünf Minuten auf dem Schulgelände. Und schon ist die alte Schule hinter dir. Kommt dauernd auf den Analogstick. Guck mich um. Wie auch die Musik einsetzt. Zack. Pin you down. Du hast versagt. Aber das kam jetzt aus dem Nichts. Das ist jetzt unangenehm. Ja, welcher Teil davon? Aber wir fangen nochmal ganz von vorne an. Alter. Hast du die jetzt wieder geschlagen? Die haben's verdient. Aber die Musik ist ganz geil. Ah, und ich hab was im Auge. Ich darf auch nicht so laut sprechen. Alter, aber die legen's auch ein bisschen drauf an. Kaum kommst du in die Schule, schon von jedem kriegst du verbal auf die Fresse. Schau mal, eine kleine Schwarze. Darf man Schwarze sagen? Oh. Dann ein kleiner Schokokos. Wow, wir haben's ins Büro geschafft, ohne dass die Haare-Visual hinter uns her ist. Respekt. So. Dann schlürf ich noch ein bisschen beim Kaffee. Ah, ja. So, you must be Hopkins. Ah, aha. What? Aha, what? I meant yes, sir. Oh, wir sind cool. Now, let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, Graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting, bad language. Und das also nur in zwei Minuten im Spiel. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nice. Is nasty auch nicht so ein bisschen geil? Also, wird es nicht auch... Ja. Das sollten wir mal auf Pornhub nachschlagen. Das war sie umgezogen. Ja. Ich bin nasty, liebe Ge-Member-Member-Member-Member-Member-Member-Member-Member-Member-Member-Member-Member-Member. Ich finde dieses Spielprinzip furchtbar realistisch. Furchtbar interessant, wenn man es sich aussuchen könnte. Die war auch hinter dir her, wenn man es zwischen Jungen und Mädchen unterscheiden könnte. Und dann auch. Und spielt da ja eigentlich eine komplett andere Geschichte dann. Wenn Männchen und Weibchen komplett anders behandelt werden. Ja, Schwule, würde ich einfach mal so behaupten. Komm schon, Junge. Ich habe nicht all den Tag. Und Junge, erinnere mich, du wirst einen geschlossenen Nose haben. Also, bleib es geschloss, oder wir werden es dir für dich geschlosseln. Zeig dir mir gerade den Vogel. Achso. Das ist nicht sonderlich ausdrucksstark. Haha! Oh, der kann kommen laufen. Das hat sie wahrscheinlich in dem, was er gemacht hat. Serial-Killers und Corporate-Lawyers. Realer Schum. Und der alte Kriep, der denkt, er kann mich tagen? Wir werden sehen, mein Freund. Ich gebe nur den Leuten, was sie haben, um ihnen zu kommen. Kapitel 1. Meine Freunde und Freunde. Ey, so wie das aussieht. Keiner kann uns hier leiden. Von jedem werden wir gerade... niedergemacht. Ja, und wir werden verfolgt, obwohl wir nichts gemacht haben. Ich wollte nur reden. Aber können wir bitte uns als Ziel setzen, alle Fetten zu verprügeln? Und mit jeder halbwegs gut aussehenden Frau? Na? Das war lustig. Ich dachte, knifeln. Aber okay. Sieht doch aus, als könnte man. Auf der Karte. Aber man kann nicht. Naja. Alter, was war das denn? Was ging denn gerade da links ab? Ich habe nicht auf die Karte geguckt. Die Situation hat sich entschärft. Brennt ab. Boys Dorm. Was heißt eigentlich Dorm? Reich? Oder Bereich? Ich weiß nicht, wie lange es ist. Ja? Ja? Zeit für ein Beatdown. Get the new kid. Beat him down. Alla. L1. Hier. Was ne Kombo. Packen. Packend, nicht? Werfen. Geil. Bodenkeks. Zack. Heute Abend gibt es Eiersalat. Oder Rührei. Ziele mit L1, um das Sozialmenü einzublenden. Der PX, um den Gegner loszulassen. Du kannst auf X, kannst du ein Peace-Zeichen machen? Oh, oh, er wird gebetet! Oh, oh. Hey, ich bin hier. Krieg, käg, käg, käg. Ah! 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 Oh yeah! Du bist tot! Du bist tot, neuer Kind! Tot! Hey! Du! Das ist genug! Das ist genug! Warum bist du nicht in deinem Uniform, junger Mann? Hey, fünf Minuten! Ich weiß noch nicht mal was von der Uniform! Oh, komm! Fünf Minuten! Ein Stress ist das! Kommt mal hin! Wird erst mal verfolgt! Verfolgt, verprügelt, verhaftet, exekutiert und verbrannt! Und dann soll er auch noch sein Uniform anziehen! Hey, relax, friend! Geh leichter, oder sie haben dich auf Medikation! Sie haben mich gemacht! Ey, wir sind auch richtig sympathisch! Wollen wir sehen so ein bisschen schottisch aus, wenn's nicht? Ich bin der frühtisch! Ja, was ist mit den Ohren kaputt? Wir sind ecklich! Ja! Aber Lappen? Also, Öppchen! Noch zwei Jahre länger und er ist Buddha! Habe ich übrigens... Alter! Oh! 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 Weitere Fragen? Nein! Danke für den Hinblick! Kennen wir schon! Naja, als wären wir da nicht vor zwei Sekunden gewesen! Entschuldigung! Mir wurde gesagt, ich soll sie hin! Biem Cola! Biem Cola! 50 Dollar! Sobald du keine Uniform hast, wirst du einfach von jedem zusammengeschlagen! Sehe ich das richtig? Habe ich dieses soziale System verstanden? Anscheinend! Zack! Einfach nachtreten! Das wäre auch gut! Liegt ja das komplette Spiel über, du gehst einfach immer wenn du dran vorbeigehst, trittst mal nach, dass er liegen bleibt! Outfit! Schuluniform! Das sieht jetzt auch nicht so geil aus! Wir können jetzt ein Hemd in die Hose machen! Ja! Und irgendwas gerade anziehen! Pyjamas! Was ist da im Pyjama? Keine Ahnung! Und der Kragen ist jetzt auch nicht richtig! Junge, Junge! Der Wille ist da! Gott! Jetzt wurde er geknechtet! Hey! Wie geht's? Du bist der neue Kind! Ich bin Pete! Pete Kowalski! Jimmy Hopkins! Und nicht fragen, wie ich es mache! Ich bin hier fünf Minuten und schon viele Menschen sind tot! Entschuldigung von meinem Leben! Na ja, willkommen zu Bullworth! Es ist ein Dump! Great! Ich wurde von irgendwoher halbwegs decent! Ja! Ich wurde von irgendwoher halbwegs decent! Weil ich wirklich schlecht bin! Gib auf den Tuff-Guy-Akt! Hey man! Was ist dein Problem? Well! ADD primarily! But also Life! My parents! This school! Western Civilization! But really! Honestly! Enough about me! Oh! I see you've met the dorms mascot! Ladies and gentlemen! I give you Femboy! The girliest boy in school! Ja! Haven't you got some imaginary friends to go annoy? Why won't you leave me alone Gary? Look at you! Leave me alone Gary! I'm really self-important now that I finally hit puberty! What's your problem? I'm just being nice to the new people! I'm just being nice to the new people! I'm just being nice to the new people! And this is their full worth on this inevitable journey to prison! Look at me! Hey! 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 We are out! Hey! Hey! Fick dich morgen. Deine dumme Mutter, Mann. Alter, wir sind Brüder. Was? Ist ja richtig ätzend. Und vieles ist auch so. Oh, meine Eltern sind so blöd. Alter, was ist denn da hinten? Was ist denn das für eine Kacktextur gewesen? Ich hab's nicht draufgeguckt. Ich meine, man kann auch normal laufen. Fußball! Fußball! Awe, awe, awe. Takata! Ah ja, das müssen wir jetzt in jedem Video machen. Welches wir zusammen machen. Cool. Sehr gern werden, wenn ich das Video mache. Aber immerhin man kann treten. Check this out, sucker! Das ist auch so, sobald sich zwei Leute entgegenkommen und auf zwei Meter sofort müssen sie sich erst mal prügeln und vor seinen Namen vorbeigehen. Das ist deine Schule. Gott. Gott sei Dank nicht. Zum Glück bin ich aus der Schule. Aber die Musik ist ganz geil. Ich hänge an diesem... Das ist Russell's Locker. You know, the big ape, who almost put you in the hospital. Fokal Chord, out! Ja, und wie? Da muss ich das jetzt machen? Da muss ich gar nicht so gut machen. Can't we just get along? You, catch now! Alter! Oh, please! Ha, ha, stupid! Ha, ha! Destroy! Deswegen hat er keine Haare. Next time you give more, stupid! Zack, ist er weg. Hey, können wir uns einfach eine Waffe besorgen und jeder, der uns blöd kommt, einfach zusammenknüppeln? Werden wir schießen? Ja. Aber du weißt ja, Waffen in Schule... Nicht spielen? Dann kommen sie nur wieder und sagen, ich Aquila spiele. Komm, sie, komm, sah. So, okay. Du musst jetzt dein eigenes Schloss knacken, sehe ich das richtig? Nee, dem von... Ja, als ich gerade Geld abgeluchst habe. Ich verstehe. Das ist Karma, meine Damen und Herren. Das ist viel zu lange. Das sieht jetzt nicht so aus. Aber ist das schwer? Mach's einfach nur links, rechts, links, rechts, oder? Baby, Baby. Well done! Doch, der Typ verpetzt uns jetzt auch gleich. Oh, jetzt bist du in wirklichem Problem. Ich raff's auch nicht, aber ich möchte hier dieser brünette, rothaarige... Wie, der sieht uns nicht mehr. Wir sind vor seinem Augen gerade in den Mülleimer gehüpft. Aber... Haben echt viele Systeme da drin, ne? Ja, zum Beispiel eine Mario-Opferber. Hey, können wir bitte einfach alles zusammenknüppeln? Hier, die da hinten. Die finde ich ja ganz süß. Das wird uns mal einig sein. Aber ich meine, muss ich hier halt auch, ne? Das ist das einzig Gute an Schuluniformen. Ja. Mädchen, die Röcke tragen müssen. Ich meine, für das Mädchen Scheiße im Winter und so. Aber geil ist schon ein bisschen. Das trifft aber auch immer ihn, ne? Das ist der Afroamerikaner. Den haben wir schon den Jungen zusammengeknüppelt. War ich nicht. War ich nicht. Geh weg. Und wieso halten sie sich eigentlich alle die Eier? Also das ist doch der einzige Move, einfach einmal in die Eier treten. Ich meine, so was macht man doch nicht. Nein, dann schießt auch jemanden in die Eier. Kann da in der Sache nicht mehr... Ganz genau Martin. Oh Mann! There's that weird shit, Eunice. Let's have some fun. Wird sie von einem Mann synchronisiert, oder? Go! See what she wants! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist passiert? Aber ich finde das System gar nicht mehr schlecht. Es ist schon einfach. Nur wenn sie es gemacht haben wie bei L.A. Noire. Sagst du so und dann... Jetzt sagen sie mir endlich mal! Was geht mit ihm ab? Er war auch schon länger nicht mehr auf dem Klo. Aber da hat ein Buch zwischen den Arschbacken. Brennnessel, ne? Was gibt dir das Recht, das zu mir zu tun? Aber einfach... Die Leute sind aber auch alle... Hä? Auf dem Gang? Na ja, aber wenn ihr uns jetzt geil findet, weil wir ihr Praline scheinen nicht, dass ihr auf dumme Gedanken kommt. Maria! Äh, nein. Oh Gott. Schiisch! Dreht sich um wie das Gesicht. Hahaha! Alter! Hätte mir die Praline... Nicht nur jemand hübschen geben können? Ich mein, die wird jetzt so... Das ist halt ein bisschen lang zöpfen. Ja. Was? Ein bisschen schwammig. Naja, so waren sie halt früher die Spiele. Wahrscheinlich auch auf... Schamig eingestellt. Ne, auf analog noch oder so. Ne, PS2. Über da haben wir die Nerds. Natürlich sind sie komplett soziale Outlasts. Sie sehen ziemlich harmlos. Sie sind eigentlich sneaky Bastards. Der Turf ist der Library. Und das sind die Präp. Sie sind alle Geld und kundesendliche Attitudes. Ja, massiv inbredet und komplett brainless. Sehr observant, Jimmy Boy. Ist Jimmy Boy nicht ne Kondommarke? Jimmy Boy? Oh. Aber ich weiß es nicht. Doch, doch, hast du schon recht. Und letztendlich, aber nicht zuletzt, die Jocks. Ich find ja dieses Emblem von der Schule erinnert mich immer an Hogwarts. Weil es halt auch, ne? Schlange etc. pp. Wir sind hier, um zu lernen. Nicht um zu goof auf. Geh zur Klasse! Ja, Entschuldigung. Gerade erst klingelte die Glocke und ich weiß nicht mal wohin. Ja. Gut. Ja. 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 Von 9 bis 11.30. Das ist super. Ja. Zweieinhalb Stunden. Mit der Uhr, ja. Ja. Der rennt auch in Slow-Mo. Ja. Chemie. Hey, die Schrift ist so hässlich. Ja. 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 Jetzt kommt hier so ein Dance Dance Revolution Ding. das ist sehr gut das verzögerte ich war immer furchtbar schlecht nicht im ist gar keine sex es gibt kein sex in diesem spiel lustigerweise grego hatte auch chemie leistungskurs wollte ich nur was sagen random fact nummer eins chemie leistungskurs ja aber war auch furchtbar schlecht drin da ist sie ihr hinterher das war ich nicht was gerade den dicken kippen böller ins gesicht geschmissen das war ich nicht ich wollte gar nicht ihn treffen das gesieband gefunden das war jetzt nicht so absicht der hinterhalt der hinterhalt das war ja von vornherein klar welcher lustiger mensch würde ich jetzt lachen bitte bewahren die nötige distanz hat man seelisch nicht erzählen eigentlich schon oder kommt es nicht von seelisch ja würde es dann nicht selig heißen der selig lecker mich das hat er kommen sehen müssen alter was ist hier eigentlich ich weiß auch nicht das ist das ist ja einfach nur anstrengend alles du wärst angepöbelt wo ist er da hinten rechts verarscht dann willst du mit einem rum machen dann schmeißt du jemanden versehentlichen böller in die fresse er ist zum brunnen gelaufen sehr schön und es sind halt auch alle unsympathisch stelle blusse blusse es ist gold es leuchtet es ist weg hast du es 8 eingesammelt wirklich ein ja Nix entkommen Halt! Ja. Musst du den jetzt kaputt machen? Ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich... Kamera! Oder ist das so ne Dark Souls Geschichte, die der jetzt verfolgen ist, wird immer schwerer. Okay. Das ist irgendwann eine Armee von klügelwütigen Leuten in weißen Shirts verfolgt. Wegstoßen. Wie ein Cola. Guck mal. Genau. Und das ist schon wieder... Das sind immer die zwei. Die lernen es aber auch nicht, ne? Der eine hat irgendwie dieses Knie. Und das ist halt einfach zu gut. Alter! So. Da liegt wieder... Zeugs. Da liegt ganz viel Zeugs. Ich verstehe es nicht. Hey! Bleib weg von mir! Ich hab doch eigentlich nur dafür gehört. Was, bist du verrückt oder was? Links. Da. Äh, dieser Deckel. Der Mülltonnendeckel. Gut! Mülltonnendeckel links. Da. Nein, zu weit. Wo? Da! Vor dir! Ah! Vielleicht macht er mehr Schaden. Kannst ihm wie eine Frisbee werfen. Wirft ihm wie eine Frisbee. Geil! Wow! Zack! Erschlagen vom Wellblech. Ich hab es geschafft. Ich hab Bulli-Respekt. Minus fünf. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich überleg auch grad. Ist das nicht schlecht? Oder ist es... Und jetzt musst du vier Fackeln anzünden. Schleuder. Guck mal, da ist eine Lederkluft. Schwänzen. Ach so, Schwänzen. Ah, okay. Wir müssen in die Schule. Also, wir sind in der Schule. Kannst du da? Können wir uns aber diese Frau angucken. Ich möchte eine Frau sehen. Ob die ein potenzieller ist. Ja. Ja, kann man schon machen. Die Frisur ist zwar ein bisschen, ne? Die 30er Jahre haben angerufen. Aber... Kann man schon machen. Jetzt... Jetzt wird er mich in die Klasse schicken. Aber ich will da ja auch hin. Hey! Gehen Sie weg! Ich muss den... Den Unterricht! Du bleibst jetzt hier! Ich schick dich in den Unterricht. Darum darf ich doch reden! Ja. Ist kein leichtes Leben. Kein leichtes Leben. So. Sicher? Ja. Ja, ich will doch... Do it! Awesome. Ich will doch... Sicher, dass das oben ist? Nee, das ist unten. Das ist unten. Darf ich nicht mal in meine Klasse gehen? Ey, das ist... Ja, aber ich will doch... Englisch 1, na danke. War ja nicht so schwer. Ja, aber ich wollte ja auch teilnehmen. Ich nehme sie. Nein, ich nehme die. Ich habe mich aufgepasst. Das sah scheiße aus. Lachs. Lachs. Flach. Kannst auch noch... Flasch. Was? Du kannst auch noch Schaf draus machen. Mit zwei A. Au. Fach kann man noch machen. Gut Show. Ich muss sagen, ich hätte das System wieder nicht so schnell durchgeschaut wie du. Gut gemacht. Jetzt wird es schwer. Schreibt man das mit zwei A jetzt? Wie ist das gewesen? Ach so, Schlaf kann man auch machen. Stimmt. Hä, so viele Buchstaben sind das gar nicht. Aber man kann echt viel draus machen. Hätte ich nicht gedacht. Kann sich jede Kombination durchgehen. Es kommt immer was raus. Ich versuch das mal im japanischen. Guck. Siehste mal. Ich will immer Sache schreiben, aber das geht nicht. Lach? Ne, oder? Stimmt. Ich glaube nicht, das ist ein Diktionär. Ich glaube nicht, das ist ein Diktionär. Ich glaube nicht, das ist ein Diktionär. Da brauche ich das noch mal. Ich glaube nicht, das ist so los. es geht auch noch auf zeit jetzt ja schon? Ja. Sach? Oder? Oh, Hals wär's noch gewesen. Durchgefallen. War noch nicht einmal englisch. Ja. Gut. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie uns das weitergebracht hätte. Ja, das gibt doch das vorherige, die Chemie gab uns. Diese Waffe, die ich jetzt irgendwie nicht mehr ausführen kann. Okay. Ja, aber wir sind jetzt nicht bei Monkey Island, wo uns Sprachskills zeugt hätten. Obwohl doch, wenn ein Mädchen... Guck dir das an. Hey, du hast überall eine Massenschlägerei. Miss Kurzrock? Kein kurzer Rock. Das ist doch unser Fanboy. Also so fast. Was gibt's? Achso. Schleuder. Aber wir haben doch eine Schleuder. Ja. Oder müssen wir jetzt Wäsche waschen. Schleuder-Kai? Ja. Okay. All right, sicher. Ich mach's. Hey, Mann, was ist passiert? Nicht viel. Ich erzählte P.D. hier über meine Idee, um die Schule zu nehmen. Ich meine, mein Plan für uns, um die Schule zu nehmen. Was Plan hast du? Achso? Das ist wie in einem schlechten Film, wo er sich als erstes verspricht. Ja. Und es keinem auffällt. Ja. So dumm kann man gar nicht sein. Ja, vor allem. Ich denke, wir halt immer... Ja, gut. Schon der Zuschauer fühlt sich jetzt nicht wirklich intelligenter, oder? Ja. Wobei, die meisten sagen, guck mal, das ist wieder in Betrieb. Das war vorhin noch außer Betrieb. Der Automat. Wie heißen wir denn jetzt? James? Du? Nein, 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 nein. Gary hat alles aus Kontext, Mann. Woah, woah, woah. Nicht schief, Petey. Nicht... Du schiefst. Weil du weißt, was zu schiefen ist? Nein, nein, ich nicht schief. Wir schiefen sie mit einem Pferd. Was aber auch... Den hab ich schon gebracht. Ja? Ja. Das ist aber auch gar nicht mal schlecht. Das ist die natürliche Auslese in der Schule schon. Und wenn du dumm bist und dich mit so vielen Leuten anlegst, kannst du halt einfach keinen Nachwarn zeugen. Jimmy. Jimmy. This way. You'll be prosecuted to the max. Woah, I'm so angry! Ok. Jetzt geht mir die Musik doch ein bisschen auf den Seid. Girl's Dawn. Da wollen wir reden. nicht dass sie uns auf ist doch lieber mal ein apfel pocahontas oder hätte ich sogar da pocahontas ist visuell ganz toll von der landschaft der rest ist leider so ja ich habe den letztens erst gesehen mit ein paar leuten und zwar eineinhalb mal also eben wieder wann wieder nach dem film angefangen hat und wir haben es einfach durchlaufen lassen wir ja war filmabend genau die musik ist echt komisch jetzt gerade die trompeten reingelassen bullhorns schon richtig ich verstehe auf dem baum gibt ja keine achte muss auf dem baum hochklettern ich sehe schon das ist so ein spiel das musst du am stück zocken weil sonst hast du die steuerung nicht mehr drin das wäre nicht so dass du nichts machen könntest was natürlich auch ganz geil ist nach hoch ist das hätte ich jetzt aber auch nicht verstanden wieso macht ihr dann nicht ach was soll es ja ist ein bisschen ungeschickt wie sagte einst ein italienischer mann verfolge seine bewegung du musst wissen was er als nächstes tut ist aber das sieht nicht so angenehm aus ich weiß auch nicht aber wieso das sind doch football footballspieler wieso liegt da ein fußball ja die haben doch so ein eierschutz das hat auch einen fachbegriff ja auch einen hodenhalter ist das so ne keine ahnung und jetzt präservativ ich hab es geschafft respekt hä also die schrift da weiß man echt nicht was sie sich bei gedacht haben oder das blaue kannst du kaum lesen das andere ist so hässlich wie die nacht starren kaputt oh hier cheerleader trägt ihm in die eier und das ist noch mehr cheerleader dem mora aus so gar nicht die hat eine drille ist die gleiche oder aber ich wollte liebe aber wieso bei der wieso nicht die anderen beiden der argen hat sich halt so ergeben mr unterschwellig hat wieder dazu geschlagen der halt gleich hin aber wie er die haxen hochrebt anstrengend da ist irgendwo ein set da schläft jemand dein bett ist ab 19 uhr verfügbar ist ja schön wo ist es vorher meeting also meiner meinung nach da sollte unsere hauptaufgabe sein so vielen mädels wie möglich rum zu machen das heißt wir brauchen schokolade und blumen das heißt wir müssen eine gärtnerausbildung nebenher machen und einen zum schokolatier ja aber ich denke mir halt auch das ist ja total anstrengend hey wenn du eine minute drüber bist von überall verfolgt macht dir auch keinen spaß so also der bass war auch schon geiler boah aber ich finde es ganz geil dass da doch so viel abwechslung ist ja aber auf was wirfst du auf das eine fern soll das eier sein boah 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 Jetzt? Folkstüme? Moment. Hügelen wir jetzt. Jetzt warte doch mal. Das war wieder scheiße gebaut. Aber das war gar nicht. Jetzt bleib doch mal da. Was wirst du bei dieser Textur? Hey. Let's be friends. Hey, you're nice. Haut dir in die Eier. Oh man. Ich habe jetzt noch nicht den besten Anmachspruch für mich herausgefunden. Aber ich muss mir die Hände waschen. War das nicht die Haare? Oh. Ist genauso dumm. Dann geh halt. Wir sehen uns wieder. Bis morgen. Und dann komme ich zurück. Mit Blumen. Oh man. Wirst du schon sehen was du davon hast. Links und rechts und links. Was? Ein bisschen Hilfe. Ein bisschen Frieden. Was? Wann! Wann? 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 Knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' door. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? Ist der anstrengend. Kein Gespräch kam mit dem Film. None too interesting yourself, friend. Aber es gibt echt so Leute. Er ist doch schon den neuen Film gesehen. Halt die Fresse! Was, Film, Mann? Mit deinem Gesicht und deiner Mutter. Jetzt komm mal runter. Was runter, Mann? Bin ich nicht am Boden, oder was? Echt anstrengender Typ. Ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel lange spielen kann. Küssen, küssen. Ich glaube, das kannst du eine halbe Stunde spielen, da brauchst du echt erstmal eine Pause. Ich finde es gerade super. Also ich meine halt so von den Dialogen ist schon echt anstrengend. Doch einmal deine dumme Fresse. Hey, Jimmy. Tell me about this guy. Does he like to go to the floor? Irgendwas in der Türkei ist es. Warum laufen hier eigentlich so viele rum? Und ich werde ins Band gesteckt. Es ist immer noch die anderen. Und jetzt los. Musst du auf die andere Seite. Guck mal, ob du... Nee, auf der anderen. Nee, nee, du warst schon mal richtig. Darf ich kurz? Der macht das schon. Ja, aber das ist der Falsche. Tritt ihr wie in die Eier. Oh, ist das gemein. Was ist mit wem? Tanz der jetzt? Maka wa! You go down! Alla, können wir den bitte auch einfach... Nichts ist geschehen. Da gibt es auch so eine South Park Folge, wo... äh... ...Butters... ...irgendwie verschiedene Persönlichkeiten hat. Und dann immer von seinem Psychiater angepisst wird in der Nacht und zusammengeschlagen. Jaaa! Und er dann das nicht mitkriegt und denkt, er ist halt Bettnässe und so. Ganz furchtbar. Oh, Mann! Oh, Mann! Das mag sein! Wie? Warum sind wir denn da hergekommen? Das ist so ein Satz, den ich eigentlich alle zwei Sekunden sagen konnte da. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Und warum sollte ich dich töten? Okay dann, tough guy, töte mich! Jaaa! Jaaa! Aber ich hoffe, dass du nicht kämpfen kannst! Oh! Macht der jetzt hier den... Wie heißt der wahrscheinlich? Es ist so ein bisschen wie Schanduhr. Dass der halt jeder auf die Fresse hauen will. Finde einen Transistor. Warum? Ich dachte, der bringt uns jetzt kämpfen bei. Erst nach dem Transistor. Ich will ein Radio machen. Ein Transistorradio? Ganz genau. Hi! Wo? Alter Schwede! Kleines Fun-Fact-Wissen. Das Ding hier ist für die PS4 so ein Ständer. Und die gibt es mittlerweile auch in Weiß. Nach zwei Jahren. Was harte Verarsche ist. Weil auf der Packung sind die mit drauf. Und dann gibt es die noch nicht immer dazu. Jetzt du! Wollte ich nur mal gesagt haben. Einfach in die Eier. Alter, dass sie überhaupt stehen kann. Vor allem, wie ihr die Hände wehtun müssen. Nach so einem Tag. So viele Leute wie du verplügelst. Klinge deine Klinge erstmal auf. Ja. Aber ich meine, er ist sehr gewohnt. Wahrscheinlich. Macht er hauptberuflich. Leute verprügeln. Wahrscheinlich war er hauptberuflich. Ich meine, bei den Pranken, er hat eigentlich sehr kleine Hände. Findest auch mal nett, dass die Leute liegen bleiben. Das wäre total komisch, wenn die verschwinden würden. Ja, dann kann man das hier nicht machen. Ja. Warte mal. Immer mal nachtreten. Ach hör, du trittst ihm in die Eier und dann hält er sich das Knie? Was ist er? Italienischer Fußballer? Können wir dann. Wollt gar nichts von euch. Penner. Echt? Hat schon mir zu helfen und zu sagen, hey, Transistor gesehen? Nee, erstmal auf die Fresse. Was haben wir hier? Warum auf dem Dach? Verdammte Axt. Sechs Stück. Hey, und das letzte Teil ist in nochmal sechs Teile zerbrochen. Nee, du brauchst einen Schlüssel und der ist zerbrochen. Das ist ja ein Blödsinn. Selbst wenn du alle Teile hast, bringt das ja doch nichts. Oder reicht das jetzt? Und ich kann das sechsmal machen. Thanks, kid. Ja, ich kann sechsmal das doch schlettern. Danach bricht's ein. Ich lernte das von diesem verrückten Mann, den ich mitgebracht habe. Aber okay, er war mein Mann. Okay, er war mein Mann. Okay, er war mein Mann. Kid, ich muss sagen. Schujuken. Warum lässt er sich geschlagen? Ich weiß auch nicht. Okay, komm mal zurück. Aber nicht zu früh. Wahnsinn. Komm, Mann. Komm, Mann! Ja, soll ich gehen oder? Komm, komm, geht's. Oh, Maria. Alter, die haben auch nichts Besseres zu tun, oder? Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Und jetzt? Uppercut! Uppercut! Es war ähnlich im Batman-Stapel ein, das ist der Sinn für den Niemals. Es gab auch ein Spiel, das hatte das. Dum 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 dum. Du hast vom Beat'em ab, geht's gleich hier in Metal Gear Solid. Also, wenn auch nicht weniger. Ich will doch auch im Spiel. Schlafen die Lehrer denn nicht, ist die Frage. Oh! Rechts! Rechts! Nein! Vielleicht kratzt er mir weg. Ach, gleich rechts. Gleich rechts. Wo? Bin ich hier richtig? Bin ich hier falsch? Bett! Es ist spät. Es ist früh. Ich fühle mich nicht ausgeschlafen. Der steht genauso spät auf wie ich. Ich steh' früher auf. Aber du musst ja auch hart arbeiten. Es gibt... Ich guck mir mal die Stadt an. Welche Stadt? Was ihr nämlich nicht wisst, wir sind jetzt im sechzehnten Stock. Fast? Wir können alles überblicken. Komm, wir spielen... Äh, Frisbee. Schade, verfehlt. Ich hätte es so witzig gefunden, wenn sie zurückgekommen wären und die voll an den Kopf. Das wäre super gewesen. Und wer ist das beste Spiel auf der Welt? Noch ein bisschen besser. Was ist der Shit? Wie? 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 Und das sind... Sneaky... Bastards. Sind Füchse, sag ich dir. Füchse. Die vogelfrei sind. Und Füchse. Meinst du die mit den Zöpfen? Den Hosenträgern? Kann sein. Deine war blond. Nee, die war blond. Ich verstehe. Hab ich nicht gesehen. Daran kannst du dich festhalten, wenn... Hüah! Sozusagen. Ja. Cool. Man kann echt viel machen, also... Was gibt's denn heute? Aber das ist der typische Rockstar. Das ist eigentlich jetzt mehr so dein Fach. Ist richtig. Hallo, Miss Phillips. Ja, führ mich ein. Nein. Feinde. Crawler. Exploder. Tempopinsel? Hä? Powerups. Tempo und Stopp verstehe ich ja noch. Feinde ausschalten verstehe ich auch noch, aber Pinsel? Ich raffe es nicht. Haben wir jetzt gewonnen, oder? Wollen. 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 Ja. Wollen. Wollen. Hä? Es ist gut, dass da nicht Leute sind. Ja. Ist vielleicht gerade schlecht. Tritt ihm auf den Fuß. Schuck ihn weg. Ist halt auch irgendwie ein bisschen dumm, wenn du einen Lehrer verprügelst. Ist ja jetzt nicht so, als würde man sich auf der Schule nie wiedersehen. Gar nicht wahr. Ja. Das ist deine einzige Warnung. Du bist wieder weg. Du bist wieder weg. Du bist wieder weg. Aber, aber ich wollte doch nur ein Schloss knacken. Da liegt was. Ja, so. Wie, wie, wie speichert man eigentlich? Guck dir mal den Hintergrundgraf an. Moment, das ist so, ne. Das ist so, ne. Das ist so. Ich finde ja dieser. Wenn du die Tür aufmachst. Wenn du mich jetzt wieder verprügeln willst. Okay, von da sieht man es nicht, auch wenn jemand anders reinkommt. Apropos speichern, wir gehen mal speichern. Ja. Wir machen das ja auch schon bald eine Stunde wieder. Und ich glaube, wir haben uns einen ganz guten Eindruck verschafft. So, do you like, uh, stuff? This rule breaker must be stopped. Do you come here often? Wanna tell me about it? What are you gonna do about it? Ach, nee. Aber das mit dem Flirten gefällt mir ganz gut. Ja, noch weiß ich nicht, wo es hinführt. Wie immer. Hey. Hey, du. Boah, ich kann trinken. Hey, du Mädchen. Hey. Hey, du. Hey, hast du Lust, Biologie zu lernen? What the fuck? Hey, du. Hey. Hey, du. Hey. Hey. Schwänzen. Du schwänzt. Bei Werkskörper. Ich verstehe. Geh mal umziehen. Ich glaube, wir haben Kleidung bekommen. Ganz am Anfang mal. Also, den einen Typ da. Oberkörper, glaube ich, war es. Do it. Do it. Voll dünne. Unterhemd. Unterhemd. Oh, ja. Sexy. Braune Jacke. Schade. Totenkopf, Nachthemd. Ist ja auch schwul. Ich bin schade. Haben wir nichts bekommen? Ich bin enttäuscht. Das weiße Unterhemd bekommen. Ist auch scheiße. Socken. Ach was. Haben wir jetzt gespeichert? Das machen wir wahrscheinlich im Bett, oder? Da war doch. Da war doch. Irgendwo konnte ich doch. Weil das nicht hier. Ah. Haben wir 81% geschafft von dem Spiel. Ah. 2,6. 8,6. 8,6. So. So, liebe Leute. Es hat alles gehalten. Und das war es jetzt von Canis Canem Edit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich zu weiteren Spielen bald wieder. Schön, dass du dabei warst. Gut, du hast keine andere Wahl. Passt meine Haare nicht an. Hast du dir das in die Haare geschmiert? Ja, dass die in Form bleiben. Ich mach immer so und dann ist gut. Ja, aber ich hab halt auch feste Haare. Genau. Ich hab nicht so Scham der Haare rum. Hast du die Schamhaare mal gesehen? Ja. Beim Abfluss. Aber darum soll es gar nicht gehen. Ich wollte das Video schon beenden. Jetzt versaust du mir hier wieder die Tour. Das war es von Canis Canem Edit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich bald wieder. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis auf dann. Fasst mir noch einmal die Haare an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.